Liebe Studierende, im letzten Video hat sich Dr. Jens Gerlach mit Ihnen den allgemeinen Aufopferungsanspruch angesehen. Sie werden vielleicht gedacht haben, wie schön, dass es dieses Mal nicht so kompliziert war. Ich hoffe aber, dass Sie gut aufgepasst haben. Was Sie zum allgemeinen Aufopferungsanspruch gelernt haben, ist nämlich die Grundlage dafür, was Sie in diesem Video zum Anspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs bei rechtswidrigen Maßnahmen und wegen eines enteignenden Eingriffs bei rechtmäßigen Maßnahmen lernen werden. Denn auch hierbei handelt es sich um übergesetzliche Aufopferungsansprüche. Liebe Studierende, zum Einstieg sollten wir nochmal rekapitulieren. Der allgemeine Aufopferungsanspruch leitet sich aus dem Aufopferungsgedanken in den § 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht her. Er setzt voraus, dass eine hoheitliche Maßnahme unmittelbar in ein immaterielles Rechtsgut im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz eingreift, dem Betroffenen ein Sonderopfer auferlegt wird und die Maßnahme gemeinwohlorientiert ist. Die begünstigte Körperschaft hat Entschädigung in Geld zu leisten, die aber wegen Mitverschuldens zu kürzen oder ausgeschlossen sein kann, wenn der Betroffene es versäumt hat, einen ihm zumutbaren Rechtsbehelf zu ergreifen. Wenn wir uns jetzt die Entschädigungsansprüche wegen eines enteignungsgleichen und eines enteignenden Eingriffs ansehen, können Sie sich das Schema zum allgemeinen Aufopferungsanspruch ruhig daneben legen. Sie werden sehen, dass Ihnen vieles bekannt vorkommt. Los geht es mit dem Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs. Auch diesen Anspruch sollten Sie zunächst herleiten. Früher wurde dieser Anspruch unmittelbar auf Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz gestützt. Diese Herleitung ist mit den Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts im Rechtsausgießungsbeschluss nicht mehr vereinbar, denn die Enteignung und andere Eingriffe in das Eigentum sind formal voneinander abzugrenzen. Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz gilt nur für Enteignungen und ist selbst auch keine Anspruchsgrundlage, sondern verpflichtet den Gesetzgeber dazu, eine gesetzliche Anspruchsgrundlage zu schaffen. Falls Ihnen das neu vorkommt, schauen Sie sich noch einmal das Video zur Enteignungsentschädigung und zur ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung an. Der BGH hat den Anspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs daraufhin von Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz entkoppelt und stützt ihn jetzt auf den allgemeinen Aufopferungsgedanken nach den Paragraphen 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht in seiner richterrechtlichen Ausformung. Kommen wir zu den Anspruchsvoraussetzungen. Zunächst einmal muss das Eigentum im Sinne des Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz betroffen sein. Dann brauchen wir eine hoheitliche Maßnahme. Bei dieser Maßnahme darf es sich nicht um eine Enteignung handeln, denn Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz entfaltet ja Sperrwirkung. Für Enteignungen kann es Entschädigung nur auf Grundgesetzes, nicht über einen übergesetzlichen Anspruch geben. Der Anspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs findet damit nur Anwendungen auf Inhalts- und Schrankenbestimmung und darauf beruhende Vollzugsakte sowie auf faktische Eingriffe in das Eigentum. Beispiele sind die rechtswidrige Ablehnung eines Bauantrags oder die Beschädigung eines Autos durch einen Polizisten. Zwischen der hoheitlichen Maßnahme und der Eigentumsbeeinträchtigung muss ein Unmittelbarkeitszusammenhang bestehen. Der Maßstab ist derselbe wie beim allgemeinen Aufopferungsanspruch. Weitere Voraussetzung ist, dass die Maßnahme rechtswidrig war. Der Anspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs kann daher auch der Unrechtshaftung zugeordnet werden. Die Rechtswidrigkeit der Maßnahme müssen Sie anders als beim allgemeinen Aufopferungsanspruch gesondert prüfen, weil sich an diesem Merkmal die Ansprüche wegen eines enteignungsgleichen und wegen eines enteignenden Eingriffs voneinander abgrenzen. Der Maßstab für das auferlegte Sonderopfer ist derselbe wie beim allgemeinen Aufopferungsanspruch. Die Rechtswidrigkeit der Maßnahme indiziert die Auferlegung eines Sonderopfers grundsätzlich, Probleme machen aber auch hier das legislative und das normative Unrecht. Auch für die Gemeinwohlmotivation der Maßnahme als letzte Anspruchsvoraussetzung und den Anspruchsinhalt gilt das gleiche wie für den allgemeinen Aufopferungsanspruch. Gerichtet ist der Anspruch auf Entschädigung in Geld. Da der Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs eine rechtswidrige Maßnahme voraussetzt, stellt sich immer die Frage nach dem Vorrang des Primärrechtsschutzes. Es gilt, kein Dulde und Liquidiere. Das prüfen Sie auch hier, im Rahmen des Mitverschuldens, entsprechend § 254 BGB. Gegen rechtliche Eigentumsbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel eine unverhältnismäßige Inhalts- und Schrakenbestimmung, gibt es in der Regel einen zumutbaren Rechtsbehelf. Bei einer nicht vorhersehbaren faktischen Beeinträchtigung ist es dagegen häufig zu spät für Primärrechtsschutz. Entschädigungspflichtig ist, wie beim allgemeinen Aufopferungsanspruch, die begünstigte Körperschaft. Und auch hier sind gemäß § 40 Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung die ordentlichen Gerichte zuständig, da es sich beim Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs um einen Aufopferungsanspruch handelt. Sie sehen, wie ähnlich sich der allgemeine Aufopferungsanspruch und der Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs sind. Sie prüfen bei letzterem lediglich ein anderes Rechtsgut und gesondert die Rechtswidrigkeit der Maßnahme. Schauen wir uns abschließend den Entschädigungsanspruch wegen eines enteignenden Eingriffs an. Auch der Entschädigungsanspruch wegen eines enteignenden Eingriffs wurde früher unmittelbar aus Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz hergeleitet. Seit dem Nassausgießungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts stützt der Bundesgerichtshof auch diesen Anspruch auf den allgemeinen Aufopferungsgedanken nach den § 74 und 75 der Einleitung zum allgemeinen preußischen Landrecht in seiner richterrechtlichen Ausformung. Bei der Anspruchsgrundlage können Sie auch die Frage aufwerfen, welchen Anwendungsbereich der Anspruch überhaupt noch hat. Im Gegensatz zum enteignungsgleichen Eingriff ist der enteignende Eingriff rechtmäßig. Jedenfalls aber geht es wegen der Sperrwirkung von Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz nicht um Enteignungen. Übrig bleiben also rechtmäßige Inhalts- und Schrankenbestimmungen und darauf beruhende rechtmäßige Vollzugsakte und rechtmäßige faktische Eingriffe in das Eigentum. Bei unseren Überlegungen zu den Inhalts- und Schrankenbestimmungen haben wir gelernt, dass Inhalts- und Schrankenbestimmungen nur dann ausgleichspflichtig sind, wenn es ausnahmsweise zu besonders schwerwiegenden Härten kommt. Der Ausgleich muss aber vom Gesetzgeber selbst geregelt werden, damit der Gesetzgeber seine Inhalts- und Schrankenbestimmungen verhältnismäßig machen kann. Hier ist also kein Platz für einen übergesetzlichen Anspruch wegen eines enteignenden Eingriffs. Wie hält es jetzt der Bundesgerichtshof damit? Bislang hat der Bundesgerichtshof noch keinen Anspruch wegen enteignenden Eingriffs zugesprochen, wenn die Inhalts- und Schrankenbestimmung selbst das Eigentum beeinträchtigt. Hier geht der BGH also selbst von der Notwendigkeit eines gesetzlichen Ausgleichsanspruchs aus. Etwas verworren stellt sich die Lage aber mit Blick auf Vollzugsakte und auf Realakte dar. Hier nimmt der Bundesgerichtshof einigermaßen regelmäßig einen Anspruch wegen eines enteignenden Eingriffs an, ohne sich aber dazu zu verhalten, in welchem Verhältnis dieser Anspruch zur Figur der ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmung steht. Das ist vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung problematisch. Denn auch Vollzugs- und Realakte müssen, wenn sie rechtmäßig sein sollen, auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen, also auf einer Inhalts- und Schrankenbestimmung. Bringen Vollzugs- und Realakte in Ausnahmefällen eine besonders schwerwiegende Härte mit sich, wäre es eigentlich auch hier der Gesetzgeber, der einen Ausgleichsanspruch in der Inhalts- und Schrankenbestimmung regeln müsste. Plausibel ist es, den Anspruch wegen eines enteignenden Eingriffs nur dann zuzulassen, wenn der Gesetzgeber die besondere Härte im Ausnahmefall nicht vorhersehen und daher auch keinen Ausgleichsanspruch regeln konnte. Fällt ein solcher Fall auf, ist dem Gesetzgeber rückwirkend kein Vorwurf zu machen. Seine Inhalts- und Schrankenbestimmung ist trotz fehlender Ausgleichsregelung für die Vergangenheit verfassungsmäßig und der Betroffene bekommt Entschädigung auf Grundlage eines übergesetzlichen Anspruchs. Für die Zukunft ist der Gesetzgeber gehalten, den jetzt als erforderlich erkannten Ausgleichsanspruch gesetzlich zu regeln. Die einzelnen Anspruchsvoraussetzungen schauen wir uns im Schnelldurchlauf an, weil sie weitgehend denen des Anspruchs wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs und des allgemeinen Aufwaffungsanspruchs entsprechen. Sie prüfen auch hier die Betroffenheit des Eigentums, das Vorliegen einer hoheitlichen Maßnahme, die keine Enteignung darstellt und die Zurechenbarkeit anhand des Unmittelbarkeitskriteriums. Um den Enteignenden vom enteignungsgleichen Eingriff abzugrenzen, fragen Sie als nächstes nach der Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Die Auferlegung eines Sonderopfers prüfen Sie wie beim allgemeinen Aufwaffungsanspruch. Als besondere Voraussetzung des Anspruchs wegen enteignenden Eingriffs prüfen wir die Unvorhersehbarkeit des Sonderopfers. Wie schon gesagt, grenzen wir auf diese Weise zu denjenigen Fällen ab, in denen nach dem Bundesverfassungsgericht der Gesetzgeber selbst den Ausgleichsanspruch regeln muss. Seien Sie sich aber bitte darüber im Klaren, dass der Bundesgerichtshof die Unvorhersehbarkeit ausdrücklich nicht als Anspruchsvoraussetzung ansieht. Danach prüfen Sie wie beim allgemeinen Aufwaffungsanspruch die Gemeinwohlmotivation der Maßnahme, den Anspruchsinhalt, das Fehlen von Ausschlussgründen und die entschädigungspflichtige Person. Zuständig sind gemäß § 40 Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung die ordentlichen Gerichte. Wenn wir uns den Aufbau im Vergleich mit den anderen beiden Ansprüchen anschauen, sehen Sie, dass sich die drei Ansprüche in Struktur und Voraussetzung an vielen Stellen gleichen. Unterschiede ergeben sich nur mit Blick auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahme und die Unvorhersehbarkeit des Sonderopfers. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.